Ja, ich glaube, man muss die aktuelle Situation mit Besorgniserregend, ich würde sogar sagen, dramatisch bezeichnen. In der Tat ist es so, dass im Landkreis Obersprilwald-Lausitz in der letzten Woche, anderthalb Wochen, die meisten Neuinfektionen Brandenburg weit zu Buch schlagen. Wir haben im Moment einen Inzidenzwert von 331. Das heißt, in den letzten sieben Tagen haben sich mehr als 300 Einwohnerinnen und Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert. Allein in den letzten 24 Stunden sind im Gesundheitsamt 76 neue Fälle gemeldet worden und insofern verdeutlicht das, glaube ich, die Situation.